Wir sind gerade an der busshaltestelle von St. Felu angekommen und ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Reise in St. Felu. Wir sind gerade an der busshaltestelle von St. Felu und ich nehme euch jetzt mit auf eine kleine Reise in St. Felu. Jetzt sind wir an der Autobus in St. Felu und ich mache eine kleine Reise in St. Felu. 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 Wenn du den Spaziergang hier in Saint-Péliu magst, gib ein Like, mach ein Abonnement von dem Kanal, dann hilfst du mir bei meiner Arbeit und teile die Videos mit anderen Leuten. So, wenn du möchtest, diese kleine Walking Tour hier in Saint-Péliu magst, gib ein Like, eine Subscribe zu meinem Kanal und kompartner die Videos mit anderen Leuten. Sie können auch die Schönheit der Katalung, wie die Fleur hier. Wenn du diese Walking Tour hier in Saint-Péliu magst, gib ein Like, eine Subscribe zu meinem Kanal und kompartner die Videos mit anderen Leuten, und sie können auch die Schönheit von St-Péliu aus der Costa Brava sehen. Und wir sind zusammen. Hence all die Thanks. Alles. « Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020